Moin, wir machen weiter mit The Suffering Wir sind in der letzten Folge ziemlich von Horden angegriffen worden Jetzt ist die Hölle angesagt Ich weiß nicht, ob ich solche Sachen kaputt machen kann Das sieht aus, dass es hier weitergehen wird Der Gazi kommt Ich muss mich auf einen Bossfight einstellen Von hier bin ich gekommen Nein, wirklich Ich bin nicht von hier gekommen Ja, von hier bin ich gekommen Super, aber es sieht doch irgendwie genau gleich aus Ah, jetzt muss ich das nochmal an Oder wer rein muss Gehle Schnell schau Wir sind von hier Von hier sind wir definitiv gekommen Warum das hier Man sieht es jetzt gerade Es hat wieder mehrere Wege Nur einer führt an das Ziel Also hier hinten ist einer Merci Hier ist sie Und hier noch Gegner Gehen wir nicht runter hier So Dann geht es hier weiter Muss fast so sein Ich könnte mal ausprobieren Dann kann ich nochmal Anstatt ähm Dings brauchen wir eine Taschenlampe Oh Oh, was ist der? Warum hat es den gegeben? Der hat doch eine Kette hinzugehen Der hat gar nicht dürfen Einen Kill einfangen Ich habe auf der Kette gezielt Das ist doch der Nein Das ist ja wirklich Ich habe ja genau auf der Kette gezielt Oh Alles weg Ist das denn nicht genau so einer Ist das denn nicht genau so einer Da Warum gab es den Schraub von einem Schuss in den Rücken mit der Schraube? Wenn es heisst, er ist nicht mit der Waffe die Kugel zu besiegen. Nein! Nein! Das darf nicht wahr sein. Ich muss sie sparen. Ich könnte hier mal etwas Dynamite schmeissen. Das ist etwas gefährlich. Jetzt werden wir diesmal wieder gut. Ich werde dich ins Grab bringen, Sauhund! Er hat mich getroffen, oder? Er hat hier runtergeschmissen. Aber er sieht ja nicht. Dann nehmen wir wieder die Tankronate. Jetzt können wir schauen, ob man das sprengen kann. Theoretisch kann ja sein. Dann muss man doch hier hochklettern, ja. Dann muss man doch hier hochklettern, ja. Ähm... Aber jetzt... Da ist auch schon wieder so ein... Oh nein, ich sage nicht, es kommt wieder so eine... ...pupupfuzzi. Ich bin nicht gegenseitig fertig. Der Klinge hat ihn nicht geschnetzelt. Oh, ich habe jetzt auch ein Pupfapp. Ja, es ist mühsam, dass sie mehrmals zurückkommen. Jetzt kommt noch dieser hier. Jetzt ist er mega schnell. Sonst liegt er. Und er ist auch nicht besiegt. So, jetzt ist er. Hier bist du. Ich kann gar nicht nachher zielen, bis es... Mhm. Da komme ich nicht durch. Ich hoffe, ich bin da richtig. Ich schwöre dir, dich mache ich fertig! Merci. Aber doch da auf. Vielleicht hätte ich unten noch weitersuchen können. Ich habe irgendetwas gefunden. Ich bin da hinten. Ui. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt der Bossfight sicher. Das schmeckt je nach Bossfight. Jetzt kommt der Bossfight. Ups, da kommt er. Der Rotter Kill setzt er gerade. Ich habe auch noch Lichtschalter hier oder nicht mehr. Ist das ein Luxus? Jetzt kommen wir wieder, wenn das passiert. Meistens. Jetzt kommt er. Hola, die Waldfeder. Das rote Telefon. Rautet aber niemand an. Ich gehe davon aus, dass ein Bossfight kommt. Ich gehe nicht zurück. Haftelich muss ich da nicht runter. Sonst... Es stinkt nach Bossfight. Ich gehe nicht zurück. Doch nicht. Ich denke, ich kam eine Arena. Ich bin hier nicht zurück. Man sieht hier nicht ganz viel mit dem Lichtkrieg. Ich denke das ist ein Lift, da kannst du rein, oder? Aber es geht nicht. Oh, da kommen Horden hier, wenn das vorhanden ist. Ich probiere in irgendeinen geheimen Bereich aus. Ich habe ein paar gestartet, was es so immer ist. Jetzt kann man es ja auch. Oh, ich bin der Wind. Ich habe einen Motorrad mit dem Hecht. Wo hab ich sie ist? Es gibt einen Schaden, der Klinge. Wenn du den Fehler machst, wenn du einen richtigen Moment bekommst, das Maschinengewehr gehst du nicht. Es gibt viel Geld, es gibt viel Geld hier. Was ist das? Züge finden. Wird die auch noch aufgehen? Nein. Ist das alles richtig gewesen? Richtig und wichtig. Wichtig und richtig. Ach du Scheisse! Verdammte Scheissgrotte, wäre ich bloß nicht hierher gekommen. Das ist die andere Seite, die nicht auf ist. Verschmeisse die ganze Zeit mit Dynamitstangen. Das ist das Dynamit, das in die Luft fliegt. Aber ich bin eh voll mit Dynamit. Die richtige Schafe. Ich denke da kommt etwas. Ich glaube es geht nur noch. Es ist schwierig sich hier zu orientieren. Nichts zu übersehen. Was? Warum hat er jetzt ein Schuss? Was ist das? 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 Was? Oh! Hier kommen wir rauf! Aber ich gehe zuerst herunchauen. Jetzt machen wir wieder einen Durchgang. Kopfab schiessen Waaat Wieder so einer da zum um zum hier haben wir hier ist ein Schafat Es sind schon wieder die drei, die kommen. Der Kopf ist echt nie so. Es kostet die Munition. Dann kommt schon wieder einer nach. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Verhindert, dass ich ihnen zur Strecke bringen kann. Jetzt schon wieder ein Eier kommt. Der Poache ist drei wieder. Der letzte ist der erste schön drauf gestanden. Auf einmal geht es schon wieder zurück. Der Hund kommt noch mal. Die Steuerung ist auch nicht so fein. Es ist ziemlich schwierig, den Kopf zu treffen. Gesundheit ist das Problem. Ich wollte eigentlich noch auf die Brücke. Wir wollen hier weiter. Wir wollen hier weiter. Es sieht aus, es wird hier ... ... das ... ... hier weitergehen. Wir wollen hier weitergehen. Ja, sie schmeissen mich hinten raus. ... 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 Ich habe keine Medizmühe. Solange es dauert. Werden diese Mädels uns finden? Ich denke nicht. Und wenn nicht vergutscht. Red? Ja? Wenn wir uns mit dir alle sind, dass du der Erste sein, den wir fressen. Da geht es wieder irgendwo hoch. Ich hasse es. Irgendwo habe ich garantiert auch Medizmühe liegen und die ich brauche. Es gibt mindestens schon drei oder vier Wege, die es weitergehen können. Ich hoffe, ich finde endlich mal das Dead End. Halt. Das sieht doch Arena aus. Wenn die Story weitergehen, dann machen wir hier einen Spiecherpunkt. Dann gehe ich zurück und schaue, ob ich Sachen sammeln kann. Ich glaube, so kommt es am besten. Jetzt weiss ich nicht mehr, wo durch. Nein! Zum Beispiel so killen wir uns. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. So merken wir uns hier weiter. Unten wäre in diesem Fall irgendein Geheimnis gekommen. Aber ich brauche dringendst ein wenig mehr Medizmühe. Der Galshaini. Der Galshaini. King of the Hills. Der Galshaini. Der Galshaini. Der Galshaini. Der Galshaini. Der Galshaini. Wir kämpfen nächstens gegen das. Vielleicht bin ich wieder falsch. Ich muss dann nochmal zurück schauen bei der Brücke. Ja, aber Mann, wirklich. Ich tut weh. Ja, Mann, 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 Mann. Du kannst ja vielfach durch das Wasser laufen bis zum Kopf. Dann siehst du einen kleinen Teich und kommst, streckst den Kopf rein und gehst gleich unter. Das heisst, aufpassen. Hier darfst du jetzt stehen. Du musst sogar. Wenn du wohnst, darfst du ja nicht mehr ins Wasser kommen. Dann bin ich von hier gekommen. Das ist da. Da kann ich nicht über eine Gumpel, nein. Da kannst du dich vielleicht nicht orientieren. Oh, 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 oh. Wir haben nächstens ein Bossfight. Dort vor der Gaskammer. Jetzt gehe ich aber zuerst raus schauen. Wir haben jede Menge Stuff. Ich kann über das Wasser laufen. Fremdes C. Das war zwar gar nichts. Aber unten können wir noch schauen. Da kann ich ja Checkpoint geben. Dildros reinblenden. Jetzt springen sie hier nicht einfach. Ich habe das Gefühl, es killt mich. Aber das lässt mir sonst keine Ruhe. Wir gehen jetzt unten noch schauen. Was da vorne noch kommt. Nein, jetzt drücke ich wieder den Falschknopf. Ich wollte ein Medikament nehmen. Die sind tot, aber da kommen nochmal Gegner. Und wie sie kommen. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube es ist fertig. Jetzt hoffe ich aber auch hier unten findest du etwas. Wäre das jetzt vernünftig gewesen? Wäre das jetzt einfach mal vernünftig gewesen? Ich hätte vor allem einfach hier oben durch können, oder? Das darf ich nicht wahr sein. Das war jetzt dumm. Das hätten wir sparen können. Ja, da kommt jetzt der Bossfight. Und ich habe keine Medizin mehr. Shit. Wenn ich mich gescheiter geben lasse, wäre ich ja wieder bei der Speicherstelle gewesen. So. Warum hier? Ja. Hier. Du interessierst mich. Denn du weißt, wie es sich anfühlt. Sie haben einen Profi gebraucht, der den Schalter umlegt. Viele eifrige Sadisten wollten es. Aber ich war der einzige, der die Arbeit ernst nahm. So ernst, dass ich das Gas selbst ausprobieren wollte. So ist eben Carnate. Es bringt den Killer in dir ans Tageslicht. Es ist der perfekte Ort für dich und mich.